Im Rahmen der interkulturellen Woche hat Rottenburg am Dienstag zur Kundgebung Solidarität statt Spaltung aufgerufen. Sie soll dazu dienen, mehr Akzeptanz und Toleranz gegenüber geflüchteten Personen mit Migrationshintergrund und vermeintlich anderen Menschen zu schaffen. Rottenburg beruft sich auf das Grundgesetz, in dem Werte wie Menschlichkeit, Freiheit und Gleichheit auf höchstem Rang stehen. Rund 100 Rottenburger kamen zur Kundgebung auf dem Marktplatz. Musikalisch untermalt hat die Kundgebung eine Percussionsgruppe. Musikalisch untermalt hat die Kundgebung eine Percussionsgruppe.